Computer-Logbuch Nummer 1 von unserem Raumschiff, Sternzeit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3, Captain Cork. Mr. Spuck hat ein Geheimnis. Der Spuck. Schock, ich krieg's nicht hin. Spucki. Ja. Sag mal, wie heißt du eigentlich mit Vornamen? Wieso? Na ja, bei jedem auf dem Schiff weiß ich ein Vorname. Nur bei dir, da weiß man so gar nichts. Hast du überhaupt so ein Vorname? Na, freilich hab ich ein Vornamen. Jeder hat doch ein Vornamen. Also ich glaub nicht, dass du ein Vorname hast. Haben wir kein Vorname, hä? Ja, hab ich schon. Hast du nicht? Hab ich wohl. Sag ihn halt. Brigitte. 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 Brigitte Spuck. Wie könnte man doch eigentlich Gitti zu dir sagen? Nein, es bleibt bei Spuck. Ich glaube es nicht zu Liebungen. Ich glaube es ist ein Vorname. Danke vergön, wir aber nicht zu. Ich glaube es ist ein Vorname. Ich helpt.